Jo Leute, Hedge, willkommen zu einem neuen Video von der Gaming Army. Wir sind hier auf Gomme und spielen ne Runde. Bad Wars. Hoffentlich kommen wir schnell in einen rein. Ihr seht dieses Video wahrscheinlich am Donnerstag, aber ich hab das am Mittwoch gemacht. Und ich hab mir erst am Donnerstag, also heute, nein, gestern, ne, 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 wartet, für euch heute, für mich, ja, hab ich mir, morgen hol ich mir, also, I show you, nein, I show you hab ich schon, boah, recht behindert. Ähm, ja, äh, das war nur mehr SMS. Ähm, ich hol mir, also, für euch heute, für mich morgen, dann, äh, iMovie. Damit kann ich das hier am Anfang rausschneiden. Dieses, hier warten, bis die Runde beginnt und eine Runde suchen. Ja, das kann ich dann rausschneiden. Ja, das ist ein bisschen besser. Und dann packen wir noch ein Intro rein. Aber das muss mir mein Freund noch schicken. Weil er hat das gemacht. Tudum. Please, lieb deinen Freund. Sonst schaffe ich den öfter. Und, was geht so weit? Soll ich, schreib den einfach mal in die Kommentare, was ich auch noch für ein Minecraft-Mini-Spiele bringen soll. Okay, mein Rekord ist voll lang, weil ich den so mal erst einmal gespielt hab. Ich hoffe, das wird nicht so lang. Ich muss ja nicht gleich auf den Training. Das ist blöd. Ich bin nicht Bedroffs-Profi, also. Ich fall' öfter mal runter. Jetzt bauen wir uns in die Mitte, damit wir jetzt erst ein Gold kriegen, das wir so nicht kriegen. Hoffentlich gewinnen wir diese Runde, weil ich lade sie hoch oder so, so oder so hoch rein. Ich muss gleich zum Fußballtraining, wie gesagt. Dann baut doch weiter. Oh, ein Gold. Jetzt wollen wir jetzt noch ein bisschen essen. Das muss immer dabei sein. Und jetzt fallen wir eh wieder runter. Oh, wir haben einen Weg in die Mitte. Nicht als erster Grafikpark. Okay, oh. So. Wasch mal direkt zu... Okay, dann wasch ich zu rot rüber. Schlag' mich bitte nicht runter. Schlag' mich einfach nicht runter. Schlag' mich nicht runter. Schlag' mich nicht runter. Schlag' mich nicht runter. Schlag' mich nicht runter. What the fuck? What the heck? Und da ist das Fett weg! Und ich bin runtergefallen. Jo, Wind, jetzt haben wir ein Bett in dieser Raum, die verstört. Jetzt ziehen wir hier eigentlich. Okay, blau. Ah, das ist nicht so! Oh, danke! Ich brauche hier noch ein bisschen mehr Gorn. Kommt da jemand? Dann nur noch der Rot. Das war leicht irritierend, weil Grün noch im Bett hat, aber gar nicht existiert. Da müssen jetzt nur noch die zwei Roten killen. Da ist einer runtergefallen. Aber der Gebi, der hat einen Bogen, das macht. Das ist nicht scheiße, weil wenn er jetzt als erstes in der Mitte ist, dann schießt er nicht so da auf. Okay, das wird jetzt kacke. Das könnte sein, dass wir diese Runde verlieren. Aber wir haben keinen... Ach, wuhh, hier kommt ja auch bald was, ne? Egal, die Grypfen bringt gar nicht. Ich finde jetzt... Ich mach dich schmerzt, hab dich! Eigentlich bisschen dumm, weil ich eigentlich kein Bett mehr aufbauen soll. Ein roter, ein gelber. Okay, ich geh zu dem... Oh, rot-gelb. Sind beide denn... Sind beide bei rot? What the heck? Oh, der hat auch einen Bogen. Hunde... Hunde... Hilfe... Hunde... Genau, schieß auf mich! Gott! Schieß mich nicht runter, schieß mich bloß nicht runter. Essen muss ich mir auf jeden Fall holen. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir diese Runde gewinnen. Ja! Okay, wir haben die en Wellersent 끝�ot. Okay, wir haben und Jessen können, aber etwas ist sicher. Und wie gesagt, die Mauer spielen kann ich verstehen, dass wir uns immer wieder virtuousn USD zusammen verachten können. Nein! Ich hätte ihn schlagen sollen. Ja, das hätte ich machen sollen. Jo, Leute, die haben wir nicht gewonnen. Oh mein Gott, wir haben verloren. Ja, gut. Auf jeden Fall, passt es mit der Runde. Wie gesagt, ich muss jetzt zum Training, deswegen wird das so hochladen. Sorry. Mach das, was wir machen? Ja. haha ja das Vielen Dank.